Hallo und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Uncharted 4. Ja. So, ich hab gerade noch ein kleines Päuschen gemacht. Und ein bisschen Schoki genascht. Juhu. Oh, jetzt steckt da gleich die Taschenabbel wieder weg. So. Entschuldigung, ich hätte die Schokolade nicht gerade essen sollen. Ich hab nämlich gar nichts zu trinken gerade. Das hab ich vergessen. Okay, ähm, da können wir auf jeden Fall hoch. Dat ist gut. Und wie auch immer wir dat jetzt hier machen sollen. Einfach nur einreißen, oder wat? Oder wat? Ne, dat war die Waffe. Will ich nicht ziehen? Hä? Was soll ich denn jetzt machen? Er ist verwirrt. Was soll ich denn jetzt machen? Hä? Junge, wat willst du von mir? Ne, so mach ich's ab. Hä? Wie? Ach so. Oh Gott. Ich bin, äh, Entschuldigung. Ich bin blind. Ihr habt's natürlich gleich gesehen. Ich dachte, ich soll das Ding hier einreißen. Was mir das ja auch nicht nützt irgendwie. Aber, äh, ich soll ja da runter, ne? Ich bin ja wieder mal so ein Superheld. Habe ich natürlich gleich sofort erkannt. Ähm. Okay, ich glaub, das war jetzt auch nicht so sinnvoll. Ich kann's schon wieder nämlich nicht... Kann mich schon wieder nicht abseilen. Weil ich schon wieder verpeilt habe, wie das geht. Oder soll ich einfach loslassen? Ähm. Ich glaub, das war nicht so eine gute Idee. Äh, wie geht denn das nochmal? Ich hab das schon so lange nicht mehr gemacht. Ah, ich beiß' aber von meiner Schokolade ab. So, Entschuldigung. Geil, der zählt mir halt. Wie geht das nochmal mit den Abseilen? Muss ich das nicht einfach runter machen, nur? Und das ist abmachen. Mann. Ich bin auch wieder recht dämlich. Schöne Aussicht. Hä? Oh, das ist echt das Problem, wenn man das so lange nicht spielt, ne? Dann hat's schon wieder einfach... Okay, dann halt mal los. Keine Peilung. Hä? Ich sag mal, die Waffe wieder weg. Also, das ist die doofe Waffe. Moment. Ich krieg's noch hin. Ah, ja. Verballer einfach mal deine Munizung. Hä? Das ist doch bloß die Kamera. Was? Nate! Mehr Knöpfe habe ich doch gar nicht. Das ist Laden. Das ist doch wieder loslassen. Na, bin ich denn, Banane? Ey, ich kann das Spiel nicht mehr. Tut mir leid. Wann ich gleich wieder von vorne anfangen, ja? Die ganze Folge haben wir verbraucht hier. Nicht zu wissen, wie ich das machen soll. Okay, dann mal los. Oder soll ich einfach nur klettern? Wahrscheinlich soll ich klettern, oder? Nee, klettern macht ja keinen Sinn. Dann muss ich mich ja nicht so abseilen. Aber ich kann mich nicht abseilen. Das war doch einfach nur runterdrücken, oder? Ich sehe dich da unten. Oh. Okay. Der Kluge, der kommt weiter, ne? Sorry. Tut mir echt leid. Das ist wieder so selten, indem ich gestorben bin. Ähm. Moment. Ja, wunderschön hier. Okay. Das war klar, dass da Söldner sind. Kann ich mich jetzt irgendwo verstecken, sag mal. Ach, klar. Dass wir da jetzt nicht lange alleine sind, ne? So. Das ist ja ja, nach da ist er schon. Und da drüben waren wir also. Was tust du da, Sam? Bist du genauso doof wie ich, wa? Mal gucken. Versuch mir die gerade hier, auch wenn ich sie nicht sehe, zu markieren. Und ich glaube, ich bin hier oben einfach mal super schlecht aufgestellt gerade. Da ist noch einer. Müssen mich doch hier eigentlich auch alle sehen. Nein, 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 nein. Ich will mich da festhalten. Aber. Scheiße. Ich komme da nicht lang, ne? Das ist doch einfach die dämlichste Stelle, wo man jetzt hier sein kann, oder? Ich würde gerne da weiter nach da unten. Aber ich komme da nicht runter. Wunder, dass wir wieder drauf gehen. Und von hier sehen die mich doch. Ah! Ach, die sehen mich hier nicht. Okay. Ich wollte gerne den Typen, der da unten ist, noch markieren. Jetzt habe ich ihn nicht mehr. Da ist er. Mann! Okay. Ich will die jetzt eigentlich nicht abballern, weil das ist so super laut. Dann sind die gleich ja alle wieder informiert, dass wir da sind, ne? So, das wird also wieder eine längere Folge werden. Ist halt die Frage, ob ich jetzt weiter da... ...da lang kletter. Weil jetzt hier so spontan rüber... ...könnte doch eher schwer werden. Ich probiere mal hier lang einfach. Ja, nee, danke. Du sollst dich da schon festhalten. Okay. Also ich glaube, von hier ist keine Option. Wir müssen also doch irgendwie hier rüber und warten, bis die alle weg sind und bis er da irgendwie so ist. Aber wo soll ich mich da verstecken? Ganz unten? Ich sehe ja nichts. Nicht, dass uns davon da auch noch einer überrascht. Das heißt, wir müssen erst mal auf die andere Seite wieder gucken. Ob da noch einer ist. Nur der da. Da hinten ist noch einer. Der uns jetzt gleich sieht. Ähm. Also ich glaube, wenn wir da runterhüpfen, ist es ganz okay. Dann sind wir da erst mal... Okay. Nur die Frage, wann wir das tun. Äh, du solltest dich loslassen. Und verstecken. Danke. Das war der Plan. Und dann greifen wir uns natürlich den da. Also, ne, ihr wisst schon, den da unten, der jetzt hier unten rumläuft. Das ist immer eine ganz schlichte Idee gewesen. Nein, nein, hier war gar nichts. Das war gar nichts. Ui. Aber der kommt runter, wa? Alles sauber. Wo ist denn jetzt der andere Typ? Der öftet sich da gerade rum. Der geht jetzt weg. Äh. Äh. Das war knapp. Ich hab den falschen Knopf... ...schon wieder gedrückt. Oh. Wo ist der Typ? Oh. Das hab ich mir nicht eingebildet. Scheiße. Äh. Jetzt sind wir entdeckt. Kacka, wir sind entdeckt. Okay, das war schlecht. Das war mal so mega schlecht wie noch nie zuvor. Stopp sie! Hab unsere Ziele gefunden! Dann machen wir es halt auf die harte Tour. Was bleibt ja auch alles übrig jetzt, ne? Wir sind da lang! Wenn du etwas findest, sag Bescheid! Ja, ja, wir sagen Bescheid, wenn wir was finden. Was? Okay. Gut. Samma schreckt mich nicht so. Komm raus, mach vor! Komm, ich muss die Chance jetzt nutzen hier. Wo ist der Typ? Der ist da drüben. Okay, wir lassen's. Oh, da läuft noch einer. Okay, jetzt ist er weg. Ich hab natürlich noch nicht alle auf dem Schirm. Das ist natürlich doof, ne? Was ist denn mit dem anderen Typen, der da jetzt rumläuft? Hier unten ist doch einer. Scheiße. Bin hier grad irgendwie an der blöden Stelle schon wieder. Ich versuche jetzt hier einfach, äh, durchzuhuschen. Wow, da ist noch einer. Ich kenne jetzt natürlich überhaupt nicht die Laufroute und überhaupt. Oh Gott. Wow. Wow. Shit. Ich seh von oben krallen. Wo ist denn der, der Typ? Noch weiter unten, oder wat? So. Oh mein Gott. Jetzt bin ich hier so mittendrin. Oh. Kommst du runter, Junge? Nee, ne? Irgendeiner sieht mich doch da schon wieder. Kann ich da mal runterkrabbeln? Ich weiß nicht mehr, wie man krabbelt. Okay, wir laufen. Wir ändern einfach unsere Taktik. Alle alarmieren und dann wieder wegrennen. Super Idee. Oh je. Wann diese... ...Pfeile, die machen mich auch nervös. Okay. Oh, da ist noch einer. Scheiße. Es sind zwei. Huch. Oh, eine Granate. Das ist natürlich geil. Was, 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 was wäre denn nun schon wieder, Junge? Warum sind die alle auf einen Haufen? Ich meine, gut, da könnte ich eine Granate werfen, aber... Nee. Es sind nur so viele. Ähm. 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 Da waren noch mehr Granaten. Die muss ich mir alle merken. Alter. Wo ist der Typ, der mich gesehen hat? Der kam von der anderen Seite. Okay. Vielleicht sollte ich einfach oben bleiben. Huch. 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 Komm, den holen wir uns jetzt, ne? Geht der jetzt lang, Mann? Junge. Ja, komm mal wieder her, hier. Ich hab nicht. Nicht. Oh. Mann. Ey, wo geht der jetzt hin? Sein Ernst? Jetzt geht der mal unten, Alter. Jetzt geht er mal da durch. Ich will auf den Kopf springen. Äh. Töt ihn? Alter. Oh, zur Hölle. Der sieht mehr gepanzert aus als die anderen, ne? So, wir haben auf jeden Fall zwei Granaten. Vielleicht sollte ich mal eine Granate schmeißen. Ich guck mal. Ich bin aber so schlecht, den Granaten schmeißen. So, der da ist alleine. Da nach unten könnte man gut schmeißen, aber da bin ich noch zu weit weg. So, wo läuft der Junge lang? Der läuft da lang. Okay, scheiße. Die sehen mich. Die würden mich sehen. Geht nicht. Geht nicht. Ich würde gerne mal wissen, wie ich Granaten schmeiße. Ich habe vergessen, wie ich Granaten schmeißen kann. Ähm. Wie habe ich jetzt meine... Ah ja. Ich sollte mich mal verstecken. Ich dachte, dass sie so offensichtlich irgendwo ausprobieren. Wie nehme ich da nochmal meine Granaten? Verdammter Angst. Na klar, Junge. Ach so mache ich das mit den Granaten. Ich habe es. Okay. Cool. Okay. Jetzt. Ja, Entschuldigung. Kacke. Das war ja so richtig dumm. Mason. Könntest du nicht mal verstecken? Es ist so furchtbar, wenn man eine Weile nicht gespielt hat und einfach mal keinen Plan mehr hat, wie überhaupt alles funktioniert. Da kommt eine Granate angeflogen. So. Okay, ja, ja. Wir schießen jetzt einfach mal, ne? Ja. Und sollten uns dabei ein bisschen verstecken. Oder ducken. Okay, es riecht nix. Ja, und ab. Hui. Oh, weil sie mal ein bisschen aufgemischt. So, komm, Nate. Sam. Alle beide, wer auch immer. Halt mal, da lag doch nochmal. Ach so, ich bin voll mit Granaten. Das ist auch noch einer nicht markiert. Der mich hier gleich sieht. Also, ich muss jetzt hier mal was machen. So, gar nicht riskant. Mann, guck mal weg. Guck mal weg. Junge. So, ja, komm her. Hier ist alles okay. Und bei dir? Hier ist auch nicht. Ähm. Guten Tag. Wir haben sie. Das ist ja fast so. Scheiße, jetzt geh ich drauf. Darauf hab ich gefragt. Hey, schieß einfach und laufe. Junge, laufe. Ich stelle mich richtig dumm an, gerade wieder, ne? Ei. Halt da, nicht fest dich, Junge, sondern lauf. Ich bin schon wieder ja nicht mehr, wo ich bin. Ui, ja. Kann ich hier runter? Ne. Hier kann ich runter. Ey, was ist denn hier schon wieder los? Mann, ich wollte die Folge nicht so weit, äh, so lang machen. Und jetzt ist hier schon wieder so viel, äh, Trouble. Und ich weiß nicht was. Komm. Ich muss doch hier mal wen nieten. Ja, vielleicht sollte ich zielen. Bevor ich so eine holoreiche Aktion mache. Und treffen sollte man auch können. So. Mal ein paar irgendwie aus dem Spiel nehmen. Mal das Gefühl, die kommen wieder von der anderen Seite. Ich einfach mal wieder gar nicht treffe. Ich hab noch 17 Munition. Was macht denn er hier für eine Aktion, Alter? Ihm geht's gut, ja? So. Tschüssi. Brauch' ne andere Waffe. Weil die ist leer. Lack hier nicht so eine raus. Ah! Junge, lauf! Ah! Oh Gott. Ah! Mann, ey. Lack hier nicht noch so eine große Knarre. Irgendwo rum. Hier war das. Hm. Okay. Okay. So. Ähm, Nate. Hoch mit dir. So. Sind das jetzt nur noch die zwei? Nee, ne? Ich mach' das jetzt mit der Ruhe drauf, Methode. Wie geht denn nochmal ducken eigentlich? Also, hinter Deckung gehen. Ah, ja. Wäre auch immer hilfreich, ne? Zu wissen. Oh, dieser Busch da. Also, das ist die Palme. So. Schnapp dir so viel Munition wie möglich. Mhm. Ich mach' ständig meine Waffen weg. Ich will eigentlich nur... Scheiße. Ah, wir sollten Munition suchen. Okay. Ich seh' aber hier nur Waffen und keine Muni. Und ich hab' auch gar keinen Überblick grad, wo ich... ...immerhut lang klatsche. Muss ich denn hin? So'n Hinweis wär' jetzt toll. Sam. Müssen wir da rüber? Hinweis. Da hoch. Da hoch. Wunderbar. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ich da hoch soll, aber gut. Und... Ah, hopp. Ah, hopp. Mist, noch mehr Schorleiner. Ja. Natürlich. Und die haben natürlich auch... Äh. Ah. Ja. Genau das haben sie. Und... ...das werden wir aber in der nächsten Folge machen, ne? Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, die nächste Folge wird nicht ganz so chaotisch wie diese hier. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Hab' ich grad schon, ne? Ich hoffe, der hat es besser. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn's dir weitergeht, dann macht's gut. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.